einen wunderschönen guten morgen liebe zuschauer und herzlich willkommen zum tipp des tages trading tipp ist heute die aktie von hochtief beziehungsweise ein hebeprodukt darauf wir sehen dass die aktie sich ja sehr sehr gut schlägt in den letzten monaten im märz noch bei 60 euro im februar mittlerweile 50 prozent höher es trudeln immer wieder aufträge ein richtig guter wie jetzt letzte woche einmal aus australien dann auch aus amerika für eine airbase errichtet man ein neues objekt und ja das kommt natürlich auch der aktie zugute dann heute noch billfinger auch ein baukonzern mit sehr guten zahlen und ja jetzt sehen wir den ausbruch über die 90 euro marke und hoffentlich hält dieses momentum auch an und wir sehen im längerfristigen chart wurde es dann die ja wo die reise hingehen kann wir sehen einmal hier jetzt wie gesagt dieses ja durchaus diesen signifikanten widerstand und ja wird der gebrochen hat man zunächst mal luft hier in dem bereich von 112 euro 113 euro und dann natürlich im weiteren verlauf hier an die marke an das vor corona niveau bei 120 wichtig ist dass wir hier jetzt sagen wir in richtung 92 93 gehen damit eben dieses diesen ausbruch bestätigen dann kann da richtig momentum in die aktie kommen klar 100 euro ist auch immer ein widerstand solche runden marken aber selbst das sind zehn prozent und deswegen hier ein hebeprodukt unseres partners marken stanley ein turbo long zertifikat dieses mal die mb6 xc z 276 ist der aktuelle kurs den stopp den legen wir bei 2 euro 45 blicken wir zurück auf rapport die aktie hat dieses kaufsignal dass wir auf das wir spekulieren noch nicht generieren können wir sind am freitag daran abgeprallt wieder zurückgekommen entsprechend natürlich auch der schein bleiben aber da investiert weil die hat die die chance ist immer noch da klar die marke hat widerstand und da wird es nicht so einfach darüber hinaus zu gehen aber die wahrscheinlichkeit ist immer noch vorhanden und deswegen bleiben wir da auch drin 12 19 war die empfehlung 11 68 sind vier prozent etwa also das ist schnell wieder aufgeholt ist ein faktor long zertifikat gewesen also da kann es ganz ganz schnell gehen und wir sind wieder im plus natürlich immer wieder stopp kurs beachten wenn mal eine sache nicht anläuft dann wird sie eben schnell wieder beendet das war es von meiner seite ich wünsche ihnen gute kurse morgen gleiche zeit gibt es den nächsten trading tipp bis dahin auf wiedersehen bis dahin